Top Secret. Wie Sie auf die versteckten Einstellmöglichkeiten zugreifen und welche Parameter Sie dort verändern können, erklärt Ihnen der Trainer in diesem Video. In diesem kurzen Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ein verstecktes Menü in After Effects aufrufen können. Falls Sie beim Rendern schon mal eine Fehlermeldung bekommen haben, wo die unschöne Meldung erscheint, dass After Effects nicht genügend Speicher hat, oder eine andere Fehlermeldung, die sich auf den Speicher bezieht, bekommen haben, dann werden Sie sich natürlich ärgern, dass das Rendering für die Cuts war, wenn Sie keine Sequenzen gerendert haben, keine Tage- oder TIFF-Sequenzen, sondern Quicktime, weil dann ist das Render tatsächlich hinüber. Oft ist es dann der Fall, dass man das Render neu einstellt und eben wieder die Probleme findet. Es gibt einen kleinen Trick, den man hier einstellen kann bei After Effects. Wenn wir hier auf Einstellungen gehen und auf Allgemein, werden wir hier sehen, dass wir hier geschätzte 15 Menüpunkte haben und man hier unten beim letzten Menüpunkt-Zuordnung der Audioausgänge hier nicht mehr weitergehen kann. Tatsächlich ist allerdings so, wenn wir hier mit der gedrückten Shift-Taste auf die Einstellungen gehen und dann auf Allgemein wir hier versteckt sehen. Warum ist das Ganze versteckt, werden Sie sich fragen. Nun ja, das sind eigentlich Punkte, die man aktivieren kann, die jetzt für den normalen 0815-User sozusagen nicht unbedingt zugänglich sein sollen, denn das bewirkt, dass After Effects hier sich, sagen wir mal, unvorhergesehen verhalten kann. Deswegen steht hier auch Vorsicht, das heißt, diese beiden Checkmarks würde ich hier definitiv nicht aktivieren. Viel wichtiger ist eben dieser Regler hier, denn hier kann ich genau definieren, wie oft der Cache sozusagen entleert werden soll. Das heißt, wie oft der RAM geleert werden soll. Das heißt, ich kann hier sagen, zum Beispiel entweder jedes Frame, alle fünf Frames oder alle 20 Frames. Das sind so die gängigsten Empfehlungen, die ich machen kann. Wie gesagt, nur dann, wenn ich auf etwaige Renderprobleme stoße. Im Allgemeinen können wir das hier getrost bei Null lassen und dementsprechend diese Voreinstellungen hier nicht anfassen. Das sollte wirklich nur als Notoption gesehen werden. Falls man beim Rendern irgendwelche Fehler bekommt, kann man natürlich das hier mal ausprobieren, ob dieses Entleeren des Caches helfen kann. Wie gesagt, diese beiden anderen Regler würde ich hier dementsprechend nicht aktivieren.